Kriegen wir den dicken scheinbar nicht so richtig platt. Aber ich wüsste auch nicht, was wir sonst machen sollten. Vielleicht doch mit einer anderen Waffe. Stark! Hm. Probieren wir es mal mit der. Auf geht's. Markus, du musst diese Daten jetzt sofort eingeben. Reaver! Oh. Oh. Nein, hilf! Nein, hilf! Steh, upsat hier! Die! Wooh! Ja! Hm, 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 hm. Teil der Schicht! Oh, nein, nein. Ah, ja. Hier, nein! Das wird so verflickt noch mal nicht. Ich bräuchte einen Raketenwerfer. Markus, du musst diese Daten jetzt sofort eingeben. Hast du sie noch? Riva! Steal! Angriff! Riva! Steal! Wow! Zeit in Sicht! Steal, Erdschler! Riva! 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 Hinter uns! Ja, gut. Komm, bitte bitte bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt steckig bin. Frisch und still! Reaver! Ja, da fliegt noch eins. An geht! Feind in Sicht! Hinter uns! Ich hab keine Ahnung, ob ich ihm da wirklich so Schaden mache. Ich mein, ich hab's doch schon mit dem Team... Das ist ja jetzt verbuggt da drin! Das kann doch nicht auch sein! Ich hab keine Ahnung, ob ich den überhaupt steckig bin! Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh! Oh, wase? Was? Oh! Oh! Keinen blassen Schimmer. Ich glaube, der ist verpackt. Ich glaube, der ist verpackt, ich glaube, ich mache ihn gar nicht. Ich glaube, der ist verpackt. 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 Hey! Markus! Ich glaube, der ist verpackt. Ich glaube, der ist verpackt. Also, was machen wir morgen? Heute früh haben Ihre Leute erfolgreich die Leichtmassenbombe gezündet. Wir haben die feindlichen Stellungen zerstört. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir neu anfangen werden. Sie verstehen es nicht. Sie wissen nicht, warum wir kämpfen. Warum wir nicht aufhören können, nicht aufhören werden. Warum wir kämpfen, kämpfen und kämpfen werden. Bis zum Sieg. Oder wir sterben. Und wir sind noch nicht tot. Das war schon das Ende. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Martin. Servus.